Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf unserem Buildcraft-Server. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und in der heutigen Folge wollen wir uns tatsächlich nochmal um den Bahnhof kümmern. Und zwar wollen wir heute mal nicht über das Dach spazieren, sondern wir wollen hier mal in den Untergrund gehen und schon mal hier ein bisschen unsere Bahn vorbereiten, habe ich mir gedacht. Und dafür heben wir jetzt mal hier aus. Bis hierhin soll ja die Strecke tatsächlich nur so langsam nach unten fallen und dann hier, einfach aus dem Grund, weil ich sonst nicht die richtige Tiefe hinbekomme. Diese Stufen sind übrigens jeweils fünf breit, damit wir hier Oberleitungen befestigen können, damit das Ganze ein bisschen schicker aussieht. Ab hier soll dann die Bahn einen steilen Weg nach unten nehmen und im 45-Grad-Winkel abbiegen nach unten. So, dafür müssen wir hier ein bisschen ausheben und ich würde sagen, wir bauen jetzt jetzt erstmal die mittlere Bahn hier. Brüchige Blöcke, brüchige Blöcke, jetzt habe ich die gerade eben rausgeworfen. Wir nehmen mal neue mit, brüchige Blöcke, so, vier Stacks und wir nehmen mal mit Keys, auch mal so vier Stück. So, dann soll es mal losgehen. Ich habe gerade überlegt, ob man das Ganze auch ein bisschen technisch irgendwie lösen kann hier, also wir müssen hier noch eins tiefer. So, ich weiß gar nicht, bis auf welche Tiefe wir runtergehen. Fackeln müssen wir mitnehmen. Fackeln, 420 Stück. So, dann gehen wir mal hier raus, dann kann ich nämlich die WLAN-Konsole einfach mal mit den Fackeln tauschen, so. Wir machen erstmal Fackeln hier dran und dann gucken wir mal, wie tiefer uns runtergreifen. Jetzt sind wir auf Höhe 50. Ich denke, ich möchte schon ziemlich tief nach unten gehen. Was wäre denn eine gute Höhe? Ich würde mal sagen, so auf 20 gehen wir mal runter. Also es soll schon ein ganzes Stück hier nach unten fallen, jetzt wird es ziemlich dunkel. Gut, vielleicht gehen wir auch erstmal nur auf 30 runter. Was ist hier passiert? Warum bin ich jetzt abgestürzt? So, dann machen wir hier mal. Was ist das? Hier, wir haben eine Mine gefunden. Das ist doch was. Mitten unter unserem Bahnhof befindet sich eine Mine. Dann müssen wir uns die nochmal angucken, ne? Etwas im Auge, Moment. So, mal schauen. So sieht das Ganze aus. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir hier mal... Da kommt der Stein drauf, dann kommt das hier, hier und hier hin. Denn hier kommen ja überall noch Steine drauf. So. Dann müssen wir hier so ein bisschen was frei machen. So. Ja, ich würde sagen, um die Mine kümmern wir uns später. Jetzt graben wir erstmal hier so ein bisschen... Graben wir erstmal hier so ein bisschen... Graben wir erstmal noch ein bisschen weiter. Ah, wir sind ja auf 30. Das ist so ein Zufall. Gut, dann machen wir hier mal Steine drauf. Da hätten wir schon mal einen Weg runter bis zu 30. Und dann können wir uns überlegen... Die müssen natürlich weg hier. Also die Deckenhöhe muss natürlich noch um einiges angehoben werden. So, dann machen wir erst nochmal den... Jetzt müssen wir uns in jeder Richtung erst noch ein paar Mal durchgraben. So, so soll natürlich komplett hier diese Ausschachtel... Soll jetzt auch überall gesetzt werden. Die Wartungsschichte gehen ja... Hier gibt es ja Wartungsschichte hinter den Wänden. Könnte ich mal zeigen. So, die Wartungsschichte müssen wir uns hier überlegen, wie wir die weiterführen. Aber ab hier soll es dann halt steil nach unten fallen. So. Und ich hoffe, dass wir dann hier schon die erste Eisenbahnstrecke bald eröffnen können. Ich muss heute Abend mal mit dem Harle reden, ob der nicht Bock hat, hier mal was zu eröffnen. Ich plane jetzt so, dass wir jetzt hier schon Schienen reinlegen und unten einen Quergang machen. Und hier gehen da zwei Spuren nach unten, die dann halt zwei verschiedene Richtungen bedienen sollen. Und diese Gänge will ich dann tatsächlich mit TBAs ausheben lassen, mit Tunnelbohrmaschinen, die wir auch schon haben. Und haben die schon öfters eingesetzt. Ich weiß nicht, ob ich das in der Folge schon mal gezeigt habe, aber es gibt schon ziemlich viele Sachen, die wir mit den TBAs ausgehoben haben. Wir lassen die also auch zum Beispiel über die Oberflächen fahren und irgendwelche Sachen einebnen, weil die halt schön... Mein Tablet geht mir heute wieder ganz schön auf den Geist. Ich will ja auch die ganze Zeit so piepsen. Dann können wir nämlich hier vielleicht schon die ersten Strecken, also eine Strecke denke ich mal soll nach... Moment, Fackel. Eine Strecke soll nach Süden gehen, die andere soll nach Norden gehen und dann auf der anderen Seite machen wir das vielleicht auch Süden-Norden. Und es gibt vielleicht nochmal einen Abgang zur anderen Seite rüber. Hinten im Westen gibt es ja die gleiche Abfahrt sozusagen nochmal. Und die soll dann in die anderen zwei Richtungen gehen, nämlich in Osten und Westen. Oder wir machen das so, dass wir hier bis unten hingraben. Lassen hier zum Beispiel die Wege nach Süden und Osten gehen. Also ein Weg, eine Schiene fährt geradeaus weiter, eine biegt hier nach rechts ab. Und auf der anderen Seite lassen wir eine Schiene geradeaus weiter gehen, nach Westen und lassen eine nach Norden abbiegen. Das wäre doch eine Idee. Wäre doch vielleicht ein gutes Konzept, was wir mal verfolgen könnten, um unsere ersten Bahnsachen auch hier mal so ein bisschen größere Bahnsachen zu bauen. Und der Harle hat zwar schon hier riesige Systeme an Schienen und so und Maschinen da mit angeschlossen und so, aber ich denke, so eine Fernbahn, die wirklich halt auch zu weit entfernten Gebieten führt, das ist halt ganz cool. Ich habe früher, wenn ich mit Minecraft angefangen habe, also so eine Karte hier begonnen habe, dann habe ich das so gemacht, dass ich zuerst mich in den Boden gegraben habe und habe dann Schienensysteme nach allen Richtungen aufgebaut. Und zwar immer 500 Felder breit. Und dann habe ich da einen Turm nach oben gebaut und habe mir angeguckt, wie da die Landschaft aussieht, weil das nämlich relativ sicher war, so sich vorzuarbeiten durch die Welt, bis ich halt dann einen Bauplatz gefunden habe. So habe ich zuerst mal meine ganzen Welten erkundet und das hat sich eigentlich sehr bewährt. Seit wir Railcraft drauf haben, habe ich mit Eisenbahn tatsächlich nichts mehr gemacht, was ich ein bisschen komisch finde, denn das hat mir früher unheimlich viel Spaß gemacht, irgendwie Bahnsysteme zu haben und mit den Bahnen halt tatsächlich auch ein ganzes Stück durch die Gegend zu fahren. Und das sollten wir jetzt wieder aufnehmen, denn ich finde das nämlich eigentlich ganz cool mit den Eisenbahnen. So, wir graben uns mal hier runter. Bin ich hier auf der richtigen Höhe? Ne, bin ich gar nicht. Ich muss noch eins tiefer. So, hier alles eins tiefer. Und mit mehr Fackeln, damit ihr auch was sehen könnt im Moment. Da. Das war keine. Dann machen wir hier gleich noch die nächste hin. So, jetzt gibt es hier überall noch Material in den Wänden und ihr werdet euch wahrscheinlich wunderbar, wenn ich das nicht abbaue. Wir haben ziemlich große Baustellen, wollte ich gerade sagen. Wir haben ganz schön große Steinbrüche überall laufen, die uns das Material abbauen. Und wir müssen uns da gar nicht mehr so drum kümmern. Was ich jetzt hier einsammle, ist halt wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil von dem, was wir permanent verbrauchen. Das heißt, wir können gar nicht mehr selber suchen, denn wir verbrauchen viel mehr, wie wir überhaupt jemals abbauen können. Bis auf die brüchigen Steine. Die kommen zwar ab und zu auch aus unseren Steinbrüchen, aber die Steinbrüche graben natürlich so tief, dass wir da gar keine Möglichkeit haben, noch brüchige Steine herzukriegen. Bin ich voll beladen? Oder wie ist das? Ich bin voll. Komme ich hier in mein WLAN? Oh, hier gibt es kein WLAN, weil ich nämlich... glaube ich nicht mehr in der Reichweite. Wenn wir testen es mal. Doch, geht. Gut, dann werfen wir hier erstmal raus. Jetzt laufen oben auch unsere Zerkleinerungsanlagen sofort an, wenn ich das hier reinlege. So, das legen wir auch hier rein. Kohle habe ich noch ein bisschen was gefunden. Ja, so viel... Da darf das behalten wir mal. Ja, weil es heißt, von dem brauchen wir nicht so viel. So, jetzt geht es weiter. So, das soll also unser erstes größeres Eisenbahnprojekt sein. Der Harle muss sich mal ranhalten, dass er seine Folgen besser rauskriegt. Denn er macht nämlich Folgen und zeigt euch da drin, wie er die Eisenbahnsysteme baut und dann veröffentlicht er sie sich. Das ist halt noch ein neuer YouTuber. Der Harle fand die Idee, das mit den Videos machen, ganz toll, bis er dann mit mir zusammen das gemacht hat und herausgefunden hat, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das weiß man nämlich erst zu würdigen, wenn man wirklich eigene Videos macht. So, jetzt machen wir hier mal... Jetzt sind wir gleich unten in der Bahn... äh, in der Bahn, in der Mine. Und dann bis dahin bauen wir das mal aus. Die Erde machen wir mal komplett weg. So. Dann haben wir hier schon alles schön ausgehoben und können hier vielleicht schon die ersten... Geht noch ein paar Stufen weiter runter. So, jetzt mache ich aber das Tablet mal ein bisschen stumpf. Moment. Ich weiß nicht, was das die ganze Zeit vor sich hin piepst. Ich glaube, das macht das, um mich zu ärgern. So. 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 Und jetzt hier noch. Ich glaube, wir müssen noch mal ein paar Fackeln aufbauen. Die ja jetzt hier liegen. Das noch wegräumen. Gut. Da würde ich fast vorschlagen. Da kommt ja dann noch was... dass wir jetzt von oben nach unten uns durcharbeiten. Ich habe eben gesehen, dass wir noch diese... äh, anderen Ziegelsteine brauchen. Oh, da liegt noch was. Wir brauchen ja noch diese anderen Ziegelsteine. Also hier geht es einfach mit Kies nach unten. Die Deckenhöhe reicht hier noch gar nicht aus. Also wir müssen hier auf diese Deckenhöhe auf jeden Fall kommen. Und jetzt testen wir das Ganze mal, indem wir jetzt schon mal hier den Kies auslegen. Und zwar möchte ich das gerne von oben nach unten machen, weil ich laufe nämlich dann immer hier so runter. Hat super geklappt. Normalerweise kann ich das ganz gut. Das ist der Vorführeffekt. Normalerweise laufe ich hier tatsächlich im Laufschritt runter und lege diese Blöcke. Und das klappt super. Also das kriege ich richtig gut hin. Aber jetzt natürlich hier im Video, der Vorführeffekt, da klappt das überhaupt nicht. Kies, Kies, Kies. Hier müssen noch Steine weg. So, Kies hier nehmen. Aber das halt so. Schwupp, 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 schwupp. So, und dann weiß ich nicht, ob ich jetzt hier schon Schienen legen darf, weil der Schienenmeister ist ja tatsächlich der Hale. Und ich weiß nicht, ob ich da berechtigt bin, das zu machen. So, da sind wir schon wieder oben. Jetzt habe ich ja hier diese Steine. Und ich würde vorschlagen, äh, diese brüchigen Ziegel. Und wir haben diese weißen Lampen. Da gucken wir mal im Computer, wie viele wir da noch haben. So, brüchige Ziegel. Nehmen wir uns mal zwei Stapel mit. Wir werfen mal das Material raus, was wir nicht mehr brauchen. So, und wir brauchen natürlich noch invertierte weiße Lampen. Da nehmen wir uns auch ein Stäpelchen von mit. Und da würde ich fast vorschlagen, dass wir immer zweimal in Stein hinbauen und dann eine Lampe. Das finde ich ein gutes Design. Zweimal Lampen, zweimal das, einmal das. Und das machen wir auf beiden Seiten. Eins, zwei. Wir machen... So, eins, zwei. Lampe. Hätte vielleicht auch alle dreimal gereicht. Weil die invertierten Lampen halt doch schon teuer sind. Aber sieht vielleicht auch schick aus, wenn wir das alle zwei Felder weit machen. Gucken wir uns mal von unten an. Sieht doch gut aus, oder? Ja, wir bleiben bei zweimal. Nein, facke. Das ist halt mein blödes Mausrad. Das rollt halt immer weiter, obwohl es nicht soll. So, Lämpchen. Stein, 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 Stein. Ja, hat geklappt. Damit kann ich all das funktioniert. So, Ziegel, Ziegel. Ziegel, Ziegel. Ziegel, Ziegel. Lampe. Lämpe. Ziegel, Ziegel. da kommt wieder ein lämpchen hin so dann entsteht doch hier ein guter weg aber ihr seht hier diese deckenhöhe müssen wir auf jeden fall einhalten ich will dann natürlich noch hier noch ein bisschen größer bauen aber wir müssen hier noch mal durchgehen also das hier ist mindest höher sonst können wir hier nicht arbeiten so die müssen noch weg was war das hä wo sind die jetzt wieder hergekommen jetzt stimmt es wieder da habe ich einen zu viel das ist richtig die kommen weg die kommen auch weg das sowieso da müssen sowieso steine hin deswegen können wir hier auch ein bisschen großzügiger arbeiten so steine habe ich jetzt nicht dabei aber ich glaube sowieso dass ich da noch ein bisschen höher arbeite später deswegen lassen wir das einfach mal so stehen wir machen die noch weg und hier dann sind wir auf der höhe 30 so und dann müssen wir mal gucken wie das hier so weiter geht es müsste eigentlich noch ein zweiter ausgehoben werden damit wir hier dann auch unsere wände hochziehen können und so als müsste sogar auf beiden seiten noch zwei ausgehoben werden aber damit das ganze jetzt erstmal läuft würde das ja schon ausreichen so hier geht es also runter bis auf 30 wobei die frage ist ob wir tatsächlich nur auf 30 gehen oder auf 20 runter gehen das ist jetzt eine gute frage ich glaube 30 ist so eine schöne höhe da kann man erst mal darauf zuarbeiten und dann kann man später sich überlegen ob man das ganze noch ein bisschen weiter ausdehnt würde sagen wir hauen uns jetzt hier erst noch mal so einen kleinen raum frei so so und dann hat man ja gesagt die eine richtung soll hier gerade ausgehen die andere biegt hier ab und geht in diese richtung da werden wir ein bisschen probleme bekommen denn in diese richtung liegt nämlich auch der steinbruch den wir für die schleims ausgebaut haben und der ist in der tiefe hier noch da der geht nämlich runter bis 7 dann müssen wir an der stelle natürlich dann ein bisschen anders arbeiten aber ich würde sagen hier können wir jetzt schon mal so ein bisschen hier können wir schon mal gut arbeiten ich mache hier noch mal ein bisschen größer nochmal ein feld größer hier fern ich habe hier nämlich was vor und das möchte ich eigentlich in dieser folge noch starten da muss ich mich ein bisschen versputen damit das noch geht mal gucken ob wir hier zugriff haben auf unseren computer das sieht doch schon mal sehr gut aus so dann gucken wir einfach mal ob wir jetzt hier schon eine TBA starten können eine Tunnelbohrmaschine so dafür machen wir uns erstmal ein bisschen Platz im Inventar wir haben ja so ein paar Sachen dabei die wir nicht mehr brauchen so dann tippen wir mal ein Tunnel und dann seht ihr wir haben hier zwei Stück von den Tunnelbohrmaschinen wir brauchen wir brauchen diese Dinger hier Diamantkopf da muss ich mal welche neue von bauen Diamantköpfe müssen wir bauen und dann brauchen wir Schienen da nehmen wir erstmal die ganz stinknormalen Schienen denn davon haben wir 10.000 Stück nicht ganz 2.000 aber das reicht erstmal wir brauchen Kohle wir nehmen aber glaube ich Koks und wir brauchen Kies Kies habe ich jetzt ein bisschen was dabei wir nehmen noch ein bisschen mehr mit müssen wir doch nochmal hier was rauswerfen so ok ich hatte euch versprochen dass wir das in dieser Folge gleich noch schaffen hier und das möchte ich auch einhalten hier kommt nein nicht da so hier kommt also schon mal eine Linie hin das reicht noch nicht und dann kommt hier die zweite die soll dann hier abbiegen die müsste dann in diese Richtung wir müssen hier noch ein bisschen mehr ausheben so der muss weg das reicht für eine TBA noch nicht aus die ist nämlich ziemlich groß so aber mir fällt gerade was ein wir machen das sogar noch ein bisschen anders da wir machen hier ich hatte ja gesagt das muss noch zwei breiter ausgehoben werden damit da noch die Wandverkleidung entstehen kann wir lassen einfach zwei TBAs nebeneinander fahren und die sollen sich dann die sollen uns auch gleich noch die Wandverkleidungen frei graben so zu sagen wie ich das meine seht ihr gleich wir müssen nur erstmal Platz schaffen hier für die Anlagen aber ich kann grad nichts aufnehmen so machen wir hier nochmal ein bisschen frei und hier und ich sehe wir schaffen es nicht mehr in dieser Folge aber ich verspreche euch in der nächsten Folge da werden wir dann die Tunnelbohrmaschine tatsächlich aufbauen lassen die am Anfang der Folge schon loslaufen damit die hier ihr Tagwerk sozusagen vollbringen können und während die hier am Graben sind da werden wir uns anschauen wie man die Tunnelbohrmaschinen und auch die Diamantköpfe bauen kann wie viel Platz habe ich jetzt? das müsste reichen so wir legen hier eine Schienenstrecke so die Graben immer drei breit dann müsste die nächste Schienenstrecke hier sein dafür müssen wir nochmal das hier weghauen das auch so ich würde vorschlagen ich besorge mal so ein bisschen Material nochmal also hier geht ihr in die nächste Schienenstrecke entlang so ich besorge noch ein bisschen Material was wir für zwei Tunnelbohrmaschinen brauchen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder wo wir dann den Gang hier schon mal ausheben lassen in diese Richtung weil hier ist es nämlich unproblematisch da haben wir noch keine Gebäude ja und damit möchte ich dann mal Tschüss sagen für diese Folge macht's gut und bis morgen Ciao